Als ob du den nicht kennst? Hallo und willkommen zu deinem Video. Mein Name ist Lina und heute erraten Alina und ich Alter. Wir machen zwei Tests und wir müssen halt in jeweils einem Test drei Alter richtig erraten. Das gehört, wenn wir am Ende sechs Alter richtig erraten haben, haben wir gewonnen. Wenn nicht, müssen wir beide drei Jelly-Mints essen. Leider. Und ja, Alina, ich bin ein Team. Leider. Zum ersten Mal. Leider. Das ist das erste Meditieren. Es gibt 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 plus. Das bedeutet, ich glaube, sie ist 16. Welche schätzt du? Sie ist 16. Warte, 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 warte. Nein. Das ist es nicht diese? Die ist 16. Nein. Ich glaube, es ist diese Meredith Michaelsen, aber ich bin mir nicht sicher. Wie ist die? Die ist auf jeden Fall über 16. Sagen wir 19. Ich schätze. Okay, wir machen ab. Sagen wir 19. Oha. Wenn es falsch ist, ich köpfe dich. Okay, dann sagen wir 18. Nein, das ist noch falsch. Die ist nicht 16. Die ist safe nicht 16. Ja, dann machen wir die 19. Ich köpfe nicht, wenn die 19 ist. Nein, ich mache mir 18. Dann 18. Ich köpfe dich, ich frage, wenn es falsch ist. Warum? 18? Ich köpfe dich, wenn die 16 ist. 18? Ja. Ja. Ich köpfe dich, wenn die 19 ist. Ich köpfe dich, wenn die 19 ist. Isst du mein Jelly Bean. Doch, doch. Die ist das mal. Okay, dann mach halt 16, wenn du unbedingt 16 willst. Bitte sei 16. Bitte sei 16. Bitte sei 16. Bitte sei 16. 19. Nein, 18. Nein, 19. 18. 19. Du musst mir Jelly Bean essen. Nein, sag mir 19. 19. 19. Ja. Die ist 14. 15. 15. 15. Oh, das kenne ich. Das ist Sandy Kimberley. Wie alt ist sie? Ach, komm. Also, wie alt ist sie auf diesem Bild ist. Scheiße. Scheiße, Helder. Wie alt ist sie? Fuck. Weißt du, ich kenne dich, wenn du hier alt ist. Was nutzt es dir, wenn du die kennst, aber nicht weißt, wie alt sie sind? Vielleicht. Ich glaube auch 10. Ich glaube 17. Ja, gut. Das Bild ist schon ein bisschen älter. Kann schon sein. Machen wir 16. Nein, sie ist auf jeden Fall keine 16. Dann machen wir 17. Machen wir 17. Ja. Obwohl vielleicht 18. Nein, wir machen 17. Also, ihr habt noch keinen einzigen Punkt. Ja, ich weiß. 17. Ja. Boah. Einmal haben wir auf mich gehört. Punkt. Obwohl ich würde sagen, weil ihr doch mal 17. Ist eure Lippen aufgespritzt? Nein. Die sind von Natur. 17. Wir machen 17. 17? Ja. Leute, ihr habt nur einen Punkt gerade, gell? Ja. Das ist voll schwer, ne? Oha. Ihr könnt gerne mit den Draht nehmen. Kommt schon. 17. 16. Alter, heutzutage sind die 14-Jährigen so wie 20 aus. Ich sehe auch sie 13. Und ich bin 14. Okay, dann lass halt sie. Ähm wohl, ne, 16. Ha! Ich hab doch gesagt 16. 15. Hä? Das war 15. Oh, die kenn ich, die kenn ich auch. Was nur 15. Wie du noch die nicht kennst? Ey, ich freu, dass wir auch von ihr. Halt die schreien? Die fängt mit F an. Das juckt nur, wie sie auch anfängt. Mann! Ich schätze 16. Nein, die ist über 16. Ich kenn die. Das ist so ein Insta-Model. Ach so? Morden? Sag doch gleich, dann schau ich das nicht. 19. Nein, nein, nein. Die ist nicht 19. Die ist jünger als Madison Beer. Wer ist denn Madison Beer? Mach mir auf. Aber ich weiß halt nicht, wie alt das Bild ist. Mach 18, okay? Ich glaub... Mach 17. Entscheidet euch. 17. Lass 17 machen. Okay, wenn es falsch ist, du isst mir Jelly Bean. Ja! Ich hab doch gesagt. Oha, wer ist das? Oh, das ist Kaya. Kaya Gerber. Oder so. Am Ende so komplett anderer Welt. Ne, aber ich kenne das auch so ein Model. Die ist... Die ist... Ich weiß, dass ich momentan glaub... 17 oder... Ich schätze nicht 16. Doch, ja, auf dem Bild glaub ich auch 16. Mach 16. Also ihr habt zwei Punkte, ja? Ja, mach 16. Vor allem für Versteuerung. Mach 16. 16. 14? Ah, ich kenn die hier. Ja, was... Das ist die Ex. Das ist die Ex und... Jane Smith. Wer ist Jane Smith? Warte, der war... Warte, wie heißt das Kylie Jenner? Ich schätze, sie ist 20. Nein, nein, nein. 18? 48? Nein, Kylie Jenner ist... 48! Warte, Kylie Jenner ist 21. Kylie Jenner ist mit David Befreundet und Jaden Smith. Ich schätze, sie ist 20. Und Jaden Smith und Kylie Jenner waren auch mal zusammen. Die ist Kylie 20. Ich würd sagen 19. Ja, okay, 19. Hä? 20 plus. Du Angst! Mach auf und es ist kaputt! Was ist das? Weiß ich doch nicht. Die sieht aus wie... Die ist 14. Ich sag's dir. Die ist nicht 14. Die ist 14. Die sieht aus wie 14. Nein, die ist 12. Machen wir 15. Nein, nein, wir machen 14. Wir haben ja auch das Stichgeld. Wir machen 14. Okay, wir machen 14. Dann ist du halt das. 14? Ja. Nein. Ah. Also 3 Punkte habt ihr schonmal. Und die sieht aus wie 16. Die ist doch geile 16, Alter. Die ist 20 plus. Bist du behindert? Wegen der Brustumfang. Auf ihrer Brust stand und behindert. Hä? Guck mal ihr Gesicht an, Alter. Ihr Gesicht sieht aus wie 16. Nein. Doch. Mach mir 19. Ja? Ich bleib bei 16. 19. Entscheidet euch. 18. 18. 15. Was? Ich hab's dir gesagt. Guck mal wie jung die aussieht. Das kenne ich. Die heißt gar nicht. Live. Oder? Insta-Moder. Die ist 18. Ja, okay. Mach mir mal 18. Obwohl ich glaub... Ich bin's mir einig. Obwohl ich glaub, die ist... Ich glaub, die ist sogar 20 plus. Ich hab da irgendwann was gelesen. Ich würd sie ist 18. Entscheidet euch. Wenn du meinst. 18. Mach mir 19. Ja, 19. Wenn's falsch ist, ich bring dir. Ich glaub, du bringst mich immer. Ja. Davon träum ich nachts. 18. Guck. Das ist malo Trevejo. Ja, aber du musst überlegen. Junge, wie juckt das, wer das ist. Das Wichtige ist, wie alt die ist. Aber du musst überlegen. Die ist doch erst 16 geworden. Und wie alt das Bild ist. Ah, ist die 16 geworden? Ja. Oder ist die 15? Nee, 16. Nein, 16. Nein, 15. Nein, 16. Mach 16. 14. 16. Wenn so 16 Weiber machen, immer so... Okay. Sag einfach 16. Ja, 16. Ja, okay. Es ist 16. Schon wieder Malu. Das Bild... Ich glaub, da war sie 15. Sieht aus. Die 14. Ich glaub, da war sie 15. Aber die ist vielleicht nett dran. Ich glaub sie es ist 15. 14. Kann ich noch? Ja, 15. 16? Ich hab 16. Ich vertraue einmal. Und machen wir 15. Wenn ich 16 schlack dich. 18. Was? Wir schätzen mit dem hier 42. 42 oder? Wie ist das das 18? Das ist schön. Oha. Der ist hier voll gut gehalten. Oha. Der ist 52. Machen wir 49. Ok. Warum? Der hat bisschen Falten, aber er hat noch bisschen Haare. Und graue Haare. 71. Was? Warum halten die sich alle so gut? Oha. ich schätze ich dachte wir machen mit 44 die halten sich mit einem wird ich so diesen einzig auszahlen fähig waren die 38 nein achten mann heim die ist doch 42 wo sie sind dann packen wir haben 40 38 39 39 51 ich sag die sehen aus wie 30 aber sind 50 Machen wir, machen wir, als ob du den nicht kennst, machen wir 29, okay 29, mach 29, bisschen Photoshop hier das, dieses, 38, was ist das, ab du schon 38 ist, wow, Maggie Fox, meine Frau, ja, ich weiß nicht, wie alt hier ist, ne, ja, ähm, machen wir, 44, 36, glaube ich, geht mal 36, 36 ein, gib 36 ein, die ist keine 40, gib 36 ein, ich will auf mein Leben, das ist 40, safe, 32, ja, aber ich war, ich war gut, 60, ne, machen wir, machen wir, 65, okay, 65, bitte, sei es alt, oha, der ist 40, wie viel, ich glaube, das ist 36, 38, 34, Ich mache mir 44, glaube ich, 44, 43, 44, ja, 44, 45, 55, scheiße, bitte jemand, den wir kennen, bitte jemand, den wir kennen, bitte jemand, den wir kennen, ich kenne ihn nicht, ist Axel Voss, ich kenne ihn auch, der sieht aus wie 70, 71, 71, älter Junge, machen wir 77, nein, 72, nein, machen wir 73, 74, mein letzter Angebot, 74, 74, ich habe auch gesagt, der ist älter Junge, 81, Egal, wir haben 2 Punkte, wir haben 2 Punkte, wir haben 2 Punkte, 3, ja, aber trotzdem, wir hatten 1 Punkt, 10 Punkte von dem, wo wir richtig waren, okay, ich will nicht rechnen, jetzt plus noch 10 Punkte, minus 1 Punkt, den wir gerade eben hatten, Freunde, wir müssen keine Jelly Beans essen, mein Leben macht einen Sinn, 60, 60, 50, 54, 54, 51, Ah, 60, nee, 40, ist das Single, machen wir 45, 45, 54, 56, oh Gott, so Freunde, das war's für ein Video, wir sehen uns beim nächsten Mal, adios, ciao! Outro